Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie und herzlich willkommen zu diesem Video über den Neumond im Widder am 24. März und den darauf folgenden Mondzyklus. Ursprünglich wollte ich das Video Neumond der Evolution nennen, denn dieser Neumond fördert und stärkt die Evolutionsagenten, also diejenigen, die sich als Heiler oder Aktivisten für eine Verbesserung der Gesellschaft und des Planeten einsetzen. Die Konstellationen sagen mir einfach, dass wir uns in einem gewaltigen Evolutionsprozess befinden, der von dem neuen Saturn-Pluto-Zyklus angestoßen wurde. Und wie ich schon in meinem Livestream über das Coronavirus gesagt habe, das Virus ist sozusagen der Vollstrecker der Saturn-Pluto-Konjunktion und es hält der Gesellschaft gewissermaßen einen Spiegel vor. Wie reagieren viele in Zeiten, wo Besonnenheit und Verantwortung gefordert sind und wo wir eigentlich über uns selbst hinauswachsen sollten? Mit Panik, Hamsterkäufen und blindem Aktionismus. Warum sind wir da so reingerauscht? Das hat wohl ganz viel mit der aktuellen Mars-Konstellation zu tun. Der Mars gilt ja in der klassischen Astrologie nicht ganz zu Unrecht als Übeltäter. Die Hysterie in der Corona-Krise fing etwa Mitte Februar an, als der Mars am 16. Februar in den Steinbock gewechselt ist und dann wie ein Brandbeschleuniger die ganzen Konstellationen im Steinbock mit Saturn-Pluto und dem absteigenden Mondknoten sozusagen gezündet hat. Und tags drauf wurde auch noch der Merkur in den Fischen rückläufig. Das war eine fatale Kombination, die zu Verwirrung und Fehleinschätzungen und gleichzeitig blindem Aktionismus führte. Und zwar seitens der Politiker, denn das Zeichen Steinbock symbolisiert hier den Staat und die Institutionen. Aber auch Jupiter ist ganz stark beteiligt. Er bildet einen Aspekt zu Pluto und das ist ein Schuldenaspekt. Ich habe zum Beispiel gehört, dass die Banken zur Zeit von den Geschäftsleuten überrannt werden, die Kredite brauchen und damit völlig überfordert sind. Das ist die Wirkung der Jupiter-Pluto-Konstellation. Auch die heftige Reaktion der Aktienmärkte mit wilden Ausschlägen nach oben und unten passt dazu. Denn Jupiter-Pluto ist eine mega Übertreibungskonstellation. Pluto symbolisiert die Massen, die Mächtigen und eben auch die Schulden. Und Jupiter steht für eine Vergrößerung und Übertreibung in der Situation. Jupiter gilt ja eigentlich als Wohltäter, aber im Steinbock steht er nicht günstig. Der Mars hat ihn sozusagen überhitzt und vielleicht hat das auch zu der unglaublich schnellen Ausbreitung der Pandemie beigetragen. Denn Jupiter ist ja der Planet der fremden Länder und der Fernreisen. Das Virus ist sozusagen auf Speed um die Welt gerast. Für die kurzfristige Prognose ist nun wichtig, dass der Mars hier mehrere Zyklen vollendet, während er über die Planeten im Steinbock läuft. Und der schwierigste Teil eines Zyklus ist immer das Ende. Und jetzt, gerade dieser Tage ist die Hysterie halt auch besonders groß, weil der Mars jetzt gerade hier sich mit Jupiter verbindet. Und dieser schwierige Teil mit dem Mars dauert noch bis zum 4. April. Danach beginnen diese Zyklen neu. Und das bringt auch neue Chancen. Dasselbe gilt auch für den großen Saturn-Pluto-Zyklus. Im Horoskop des Coronavirus, das ich euch in meinem Livestream zur Krise gezeigt habe, ist die schwierige Energie kurz vor dem Ende dieses Zyklus sozusagen eingebrannt. Aber mit dem ersten Schritt von Saturn in den Wassermann, kurz vor diesem Neumond, kommen wir bereits in die Phase des Neubeginns. Nur der Jupiter-Pluto-Zyklus, also der Übertreibungs- und Schuldenzyklus, der befindet sich noch das ganze Jahr 2020 über in seinem schwierigen Endstadium, was bedeutet, dass die Märkte noch länger nicht zur Ruhe kommen werden. Aber hier geht es ja jetzt erstmal darum, ob uns der aktuelle Neumond einen kurzfristigen Durchbruch zu einer Verbesserung in der Corona-Krise bringen kann. Und da spricht einiges dafür. Direkt vor dem Neumond, am 22. März, wandert Saturn ins Zeichen Wassermann und löst sich damit aus der Steinbock-Energie. Zumindest bis Anfang Juli bringt uns das eine Verschnaufpause. Die Konstellation des Neumondes selbst ist auch sehr aufschlussreich. Sonne und Mond stehen auf vier Grad Widder und verbinden sich mit Chiron und Lilith. Gleichzeitig bildet die Venus aus dem Stier heraus einen positiven Aspekt zu Jupiter und Pluto. Das heißt, beide Wohltäter, also Venus und Jupiter, bilden dann eine günstige Verbindung. Und weil die Venus im Stier sehr stark steht, kann sie Jupiter jetzt wieder als Wohltäter aktivieren. Das könnte auch finanziell eine Linderung der Lage bringen. Die Venus wird während des gesamten Mondzyklus harmonische Aspekte bilden und das ist ein gutes kosmisches Zeichen. Was nun die Chancen zur Heilung anbetrifft, fällt eben auf, dass bei diesem Neumond Chiron und Lilith betont sind. Das sind die Ärzte und Heilerinnen, aber auch die Schamanen und Magierinnen, deren Kräfte durch diesen Neumond aktiviert werden. Während des vorherigen Mondzyklus hatte Chiron keine Verbindung zu den übrigen Planeten, also gewissermaßen keine Lobby. Das hat man ja auch daran gemerkt, dass alle möglichen Maßnahmen wild durcheinander gingen und dass sich auch viele Ärzte untereinander nicht einig waren, was zu tun sei. Aber jetzt stehen die Zeichen darauf, dass wir mehr mit vereinten Kräften an einem Strang ziehen und unsere Heiler unterstützen und verstehen. Der Neumond findet im Widder statt. Das ist eine pionierhafte Energie, die Anlass zur Hoffnung gibt, dass man medizinische Mittel und Wege findet, der durch das Coronavirus ausgelösten Infektion irgendwie beizukommen. Es gibt ja bereits Tests mit einem Malaria-Mittel, die gute Ergebnisse zu bringen scheinen. Und jüngst gab es noch eine weitere gute Nachricht, nämlich dass tatsächlich diejenigen, die die Infektion durchgemacht haben und anschließend wieder genesen sind, nun einen guten Immunschutz haben. Auch auf der privaten Ebene ist es ein Neumond, der uns aus dieser Schockstarre erlösen kann und uns Impulse gibt, wieder ins Handeln zu kommen. Viele haben ja jetzt auch finanzielle Einbußen erlitten und müssen sich Gedanken machen, wie sie damit umgehen wollen. Und dabei kann uns eben auch die gute Verbindung zwischen Venus und Jupiter helfen. Das hoffe ich jedenfalls. Vor allem diejenigen, die vielleicht selbstständig und flexibel sind, haben die Chance, sich auf die Situation auszurichten und vielleicht ihre Angebote anzupassen. Ich habe ja jetzt auch dieses Angebot für den vergünstigten Vitalstatus auf die Homepage genommen, um euch zu helfen und als Alternative zu meinen ausführlichen, persönlichen Beratungen. Dieses Produkt ist sehr arbeitsintensiv für mich und mein Team und damit werde ich jetzt auch wahrhaftig nicht reich, aber ich habe das Gefühl, helfen zu können. Und das ist halt auch sehr aufbauend. Und dann gibt es noch eine sehr, sehr wichtige Konstellation in diesem Mondzyklus und das ist die gute Verbindung von Venus und Mars. Die beginnt kurz nach dem Neumond in den Zeichen Stier und Steinbock. Und das kann uns dabei helfen, zu praktischen Lösungen zu kommen. Man verbindet sich, um gemeinsam etwas zu bewirken. Mit dem Neumond erreichen die wilden Marsimpulse allmählich ihren Höhepunkt. Der Mars wandert dann am 30. März in den Wassermann und trifft sich dort mit Saturn, während noch bis zum 4. April Jupiter und Pluto aufeinander zulaufen. Deswegen ist zu erwarten, dass irgendwann in diesen Tagen der Höhepunkt der ganzen Hysteriewelle erreicht wird, um dann langsam wieder abzueppen. Im Augenblick scheint ja alles von Tag zu Tag schlimmer zu werden und auch die Maßnahmen werden immer drastischer, wie beispielsweise eine Ausgangssperre. Vermutlich wird sich das Ganze bis zum Vollmond am 8. April noch weiter steigern. Allein auch deswegen, weil der Vollmond immer ein Symbol für aufgeheizte Emotionen ist. Dennoch denke ich, dass wir mit dem Eintritt von Saturn und Mars in den Wassermann damit rechnen dürfen, dass es Neuigkeiten aus der Wissenschaft gibt, wie das Virus effektiver bekämpft werden kann. Jetzt haben wir noch ein paar erfreuliche Nachrichten für das Privatleben. Die schöne Konstellation von Venus und Mars ist für mich ein Symbol dafür, dass die freiwillige oder unfreiwillige Isolation, in der wir uns jetzt befinden, im Laufe des Aprils wieder gelockert wird und dass wir wieder mehr in Verbindung gehen werden. Beide Planeten wechseln in die Luftzeichen. Am 30. März zuerst der Mars in den Wassermann und am 3. April geht abends die Venus in die Zwillinge und bleibt da für vier Monate, weil sie dort rückläufig wird. Beide Liebesplaneten haben zurzeit in etwa das gleiche Tempo und deswegen hält der schöne Aspekt zwischen ihnen über vier Wochen an, was eine Besonderheit ist. Am allerwichtigsten sind aber die ganzen Zeichenwechsel. Erstmal Saturn, dann Mars und dann die Venus. Das sind deutliche Hinweise darauf, dass die gesamte Energie sich verändert und zwar zum Besseren. Jetzt gerade sind wir in einer Art Nadelöhr, durch das wir hindurch müssen oder ein Flaschenhals, so hat es meine Kollegin Petra Dörfert genannt. Doch im Laufe des Aprils sollte sich so eine Art Befreiungsgefühl einstellen. Es gibt allerdings noch einen Aspekt, den wir beachten müssen, das ist die Mars-Uranus-Spannung und zwar baut die sich auf vom 1. April bis zum Vollmond am 8. April um 4.37 Uhr, also eigentlich in der Nacht vom 7. auf den 8. April. Das kann nochmal mit dem Auftreten einer plötzlichen Veränderung einhergehen, eines neuen Aspekts oder Problems, was erneut alle in Aufruhr versetzen kann. Vielleicht ist es auch ein von der ganzen Corona-Geschichte völlig unabhängiges Problem. Uranus bringt ja immer Überraschungen. Da sind wir dann nochmal gefordert, nicht gleich wieder die Fassung zu verlieren. Jedoch bildet Mars ja gleichzeitig auch diesen positiven Aspekt zur Venus und auch zu Chiron und Lilith und das könnte ein Hinweis darauf sein, dass eine solche Überraschung vielleicht sogar einen wichtigen Impuls zur Problemlösung bringt. Also insgesamt nochmal eine spannungsreiche Zeit bis zum Vollmond und dem sollten wir durch Ruhe und Besonnenheit entgegenwirken. Der Vollmond selbst findet auf der Beziehungsachse des Welthoroskops statt, nämlich in den Zeichen Widder, wo die Sonne steht und in der Waage und das betont die Kräfte der Liebesplaneten, also der Liebe und der Beziehung. Sie sind sozusagen unser Heilmittel. Deswegen müssen wir, egal ob physisch oder nur über Telefon oder Videochat, auf jeden Fall miteinander in Verbindung gehen. Das hat eine heilende Wirkung, garantiert. Es ist ja schon sehr bemerkenswert, dass die Liebesplaneten über fast drei Wochen günstig zu Chiron und Lilith stehen. Das ist ein Symbol für Heilung durch Liebe und Harmonie und für die Integration der Ausgegrenzten. Auch thematisch lassen sich dann unterschiedliche medizinische und gesellschaftliche Herangehensweisen miteinander harmonisch kombinieren, wenn wir uns ein bisschen Mühe geben. Vom 10. bis zum 13. April sind ja dann die Ostertage und währenddessen wird am 11. April der Merkur nach zwei Monaten der Irrungen und im Zeichen Fische in den Widder laufen. Das ist für mich ein deutliches Zeichen für eine gedankliche Neuorientierung. Mit diesem Tag sind wir durch die gröbsten kurzfristigen Aspekte durch und spüren dann hoffentlich die Anzeichen von Erleichterung und Optimismus. Ich könnte mir vorstellen, dass doch viele Menschen Gelegenheiten finden, sich über Ostern zu verbinden oder wieder mit der Familie zu treffen. Falls dann immer noch freiwillige oder unfreiwillige Isolation angesagt ist oder sogar Ausgangssperre, kann ich euch nur raten, mithilfe von Videochats zusammenzukommen. Ich bin das ja gewöhnt. Mein Mann lebt in Amerika, mein Bruder mit seiner Familie derzeit in Afrika, meine Schwester und Familie in Düsseldorf, meine Tochter und ich in Köln und meine Mutter in Kassel. Wir machen regelmäßig Conference Calls mit WhatsApp. Das geht, glaube ich, mit bis zu drei oder vier Leuten und funktioniert ziemlich gut. Auch wenn Teile der Familie zusammenkommen und andere nicht können, dann werden die gewissermaßen dazu geschaltet. Das solltet ihr auch versuchen, denn Verbindung und Liebe sind großartige Heilmittel. Vielleicht ist das auch die Botschaft von Venus und Mars in den Luftzeichen, dass wir einfach auch die Mittel der modernen Kommunikation und des Internets jetzt verstärkt nutzen sollten und uns aufeinander einschwingen, auch wenn der Körper woanders ist. Natürlich geht nichts über persönlichen Kontakt, weil dann auch das Verbindungshormon Oxytocin ausgeschüttet wird und das produziert der Körper nur in Anwesenheit geliebter Menschen. Vielleicht müssen wir dafür noch warten, bis die Sonne in den körperbetonten Stier geht. Wenn es jetzt noch nicht so weit ist, müssen wir unsere Verbindungen eben mithilfe der digitalen Technik und des Internets gestalten und wir sollten sie auch auf die Ebene der geistigen und allumfassenden Liebe anheben und uns gute Gedankenimpulse senden, zum Beispiel abends vor dem Schlafen gehen. Gebet und Meditation haben dahingehend auch sehr gute Wirkungen und zwar wirken sie auch sehr beruhigend für denjenigen, der betet oder meditiert und dabei gute Wünsche und Schwingungen an geliebte Menschen aussendet. Insgesamt wird es sicher noch eine Weile dauern, bis sich alles normalisiert hat. Selbst wenn wir jetzt einen ersten Durchbruch erleben, wird es dauern, ehe die gewonnenen Erkenntnisse sich durchsetzen und zu vernünftigeren Maßnahmen führen. Was bleibt, ist die schöne Verbindung von Venus und Mars, die letztendlich auch Frühlingsgefühle und Liebeschancen anzeigt. Coronavirus hin oder her, die Natur und die Hormone werden sich irgendwie ihren Weg bahnen und wir werden auf die eine oder andere Weise bestrebt sein, Liebesgefühlen eine Chance zu geben und uns auch gegenseitig zu helfen. Und das sind wiederum alles Dinge, die unser Immunsystem stärken und unsere Vitalkräfte aufbauen. Am 19. April um 16.45 Uhr wandert dann die Sonne in den Stier. Übrigens, falls ihr euch wundert, warum das dieses Jahr schon so früh ist, dazu könnt ihr euch mein Video über den Kalender und die Sternzeichen anschauen. Sonne im Stier, das ist eine stark körperliche und sinnliche Energie, die nach praktischen Lösungen strebt und das Leben genießen will. Ganz reibungslos wird das alles sicher nicht ablaufen, weil die Sonne im Stier gleich als erstes in eine Spannung zu Saturn im Wassermann läuft und kurz darauf ist dann der nächste Neumond am 23. April. Und diese Neumondphase ist auch wieder unglaublich spannend, denn sie aktiviert Erfinder und Überraschungsplanet Uranus. Und mit etwas Glück bringt uns das erneut starke Impulse für neue Entwicklungen und einen weiteren Fortschritt. Das waren meine Gedanken zum Mondzyklus der Evolution, der uns vielleicht einen ersten Durchbruch bei der Heilung der Corona-Krise bringen kann. Ich werde euch weiter mit Updates und neuen Videos versorgen. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert bitte meinen Kanal und aktiviert das Glöckchen oben rechts. In meinem April-Video für die zwölf Sternzeichen erfahrt ihr mehr über eure Gesundheitstendenzen und empfehlen möchte ich euch auch Tipps aus der Astromedizin, mein Interview mit Astrologin und Heilpraktikerin Petra Dörfert. Alles Gute mit den Sternen und bleibt gesund!